Ich bin Lukas und ich spiele heute den Roboter mit der Serie Nr. 463. Die ursprüngliche Funktion von 463 ist es, dass er im Qualitätsmanagement prüft, ob die anderen Roboter gut funktionieren und im Zweifelsfall einen fehlerhaften Stempel aufdrückt. 463 sieht ziemlich klobig aus, ist ein sehr eckiger Roboter, der sich auch nicht besonders schnell bewegen kann. Und in seinem Bauch hat er ein kleines Fach mit einem Rädchen drin und in diesem Rädchen kann er verschiedene Stempel auswählen, damit er auch noch ein paar mehr Optionen als nur fehlerhaft hat. 463 reagiert in der Regel auf neue Situationen so, dass er erstmal nach der Seriennummer fragt von dem Wesen, was gegenüber steht und was die Aufgabe ist, denn 463 muss natürlich erstmal kontrollieren, ob alles richtig funktioniert. 4. 6. 7. 8.